Musik Moin, willkommen zurück, heute wieder mit einer Mission, die letzte war mir abgestürzt, aber ich kann sie auch gerne immer wieder machen, wenn ich möchte, einzeln, denn mein Co-Mitglied ist leider nicht dabei, da 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 da, ach nö, benutzter Wagen, Mist, er muss ja gleich wieder umwechseln, naja, gut, nehmen wir den Anlass an. Musik Ja, ich fahr jetzt zu Harry, Checkpoint, es geht hier wieder um Zeit, wir haben uns den falschen Wagen hier gewillt, vergib Gas da, du. Ah, der Verkehr hier. Und gleich wieder links, was machen die Autos denn hier? Ich bin so Geisterfahrer hier, oder? Ja. Wo lenkt er mich denn lang hier, ne? Als Geisterfahrer fällt er mich denn um hier, ne, 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 ne. So, nächster Checkpoint in wenigen Sekunden, und da muss ich schon wieder bremsen, oh, was machen die ganzen Autos denn hier? Weg da, ich hab nicht ewig Zeit. Äh, ouch, mein Rücken. Wie führt er mich denn hier lang? Das ist ja querfeldein hier. Ich hätte vielleicht nichts abkürzen können, oh nein, ich muss einen großen Umweg fahren. Oh. Die wollen mich ärgern hier. Ja. Voll. Ah, jetzt verschaffe ich ihn natürlich nicht mehr. Shit. Ne, es wird nix. Mission failet. Ja, aber wenn dieser Schleuderer nicht gewesen wäre, dann wäre es ein bisschen anders gelaufen. Und er füllt mich hier querfeldein hier, wo ich gar nicht hin möchte. Ich hätte hier schon längst abbiegen können, aber ich muss jetzt gerade ausfahren hier. Vor uns ist die Freiheitsstatue. Die Liberty City. In einem anderen Spiel heißt es so. Ich war noch niemals in New York. Da, dam, 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 di, 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 di. So viel Verkehr hier, ne? Wenn wir noch als Geisterfahrer hier rumhantieren. Ein, ging, 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 ging. Ich hoffe, die machen wir eigentlich kein Kreisel hier, wie eben. Und, ja, mal gucken, wie es immer abläuft da. Fand ich schon, wie auch was los hier. Das ist mit Absicht so gemacht wahrscheinlich, damit man nicht zu schnell ist hier. Da muss ich jetzt ein Turbo einmachen hier. Also Nitro. Glycerin. So. Das ist ja fast alles, Nitro. Ja, das ist mit Absicht so gemacht, dass die Autos so stehen, dass man ein bisschen Hindernisse hat hier. Und jetzt muss ich hier mich beeilen wieder hier. Beeil dich, bevor er verschillt. No. Ich nehme einen anderen Wagen. Oder ich fahre noch einmal. Ich probiere es nochmal mit dem Wagen hier. Das muss doch zu schaffen sein, die Mission. Dann sollte man sich einen anderen Wagen nehmen. Immer hier ein bisschen... Hör, schon die alle hier. Das ist ein bisschen dumm. Wenn das Nitro alle ist, gleich zu Anfang. Lalalalala. Nicht da reinfahren. So. Es muss was zu schaffen sein, die Mission. Ah, das ist alles mit Absicht so gemacht, damit man da Probleme hat. Hey, was war das denn gerade? Oh, da müssen wir Gas geben hier. Ich nehme gleich einen anderen Nissan. Das reicht mir gleich hier. Auch wenn er 345 hat. Jetzt geben die Gas gleich hier, oder? Doch nicht. Weg da. Ich bin ein paar Sekunden früher, glaube ich, da. Jetzt als eben. Mein Nitro ist ziemlich niedrig, also muss ich ein bisschen sparen. Ja, da sind die Sekunden langsam weniger immer hier. Ja, da stehen die Schmierer, die Autos. Will ich in den Zaun reinfahren? Ja, da sind wieder nichts hier. Ja, ja, ja. Wie soll ich mich beeilen? Hier bin ich da. in der selben Ecke immer wieder stehen bleibe. Fortfahren. Rückkehr zum freien Fahren. Gesamtmenge von 8,5 Liter in den Straßenwagen. Okay, dann muss ich immer in den Straßenwagen wechseln. Ich nehme jetzt einen anderen Wagen. Mal gucken, welcher Straßenwagen am besten ist. Vielleicht muss ich auch noch reparieren. Äh, Serienstandard, 90, Mustang, GT. Düm, düm, düm. Nächster 370, das ist der Zweitbeste, aber... Wieso ist er besser als der hier? 6,4... 6,2... Hm. Nehmen wir den mal hier. Mal probieren wir es mit dem. Muss doch zu schaffen sein, die Mission. Es kann doch nicht sein, dass man hier nicht weiterkommt, ne? Stufe 17. Ach, nein. Das geht doch nicht. Einzelrennen. Das ist doch nicht online. Mensch. Plus 14, plus 7, plus 11. Also Bronze reicht mir schon. Okay. Mal gucken, ob ich jetzt besser vorankomme hier. Mit dem Wagen hier. Ansonsten muss ich noch einen anderen nehmen. Ich teste es so lange, bis es klappt, ne? So. So. Bäm, 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 bäm. Nein! Du wärst nie was. Wenn ich gleich reinfahre. Was ist der Wagen denn da? Der kommt wieder rausgesprungen. So. Wollen wir mal kurz mal holen hier. Wir fahren jetzt den kürzesten Weg hier, nicht den Umweg hier, wie eben. Und dafür fahren wir hier rein. Oh, das blockiert ja mich noch zweimal hier. Der Depp. Ja, wenn man blockiert wird, ist das natürlich Mist. Ah, jetzt ist es jetzt weg hier. Alles auch gut. Äh, nicht da reinfahren. Shit. Ah, jetzt reg' ich mich noch mal hier. Super. Das wird wieder nix so. Ja, es wird nix. Nochmal. Aber es sah schon ein bisschen besser aus, bis auf die groben Fehler, die ich gemacht habe. Ja. Manchmal ist es nicht so einfach, ne? Turbo bringt noch nix, weil er noch nicht voll ist. Nach Nitro. Weg da. Warum steht niemand im Weg, denn hier Autos? Wie schon gesagt, die sind mit Absicht so hinpositioniert, dass man da ja reinfährt. Und die Wegführung ist auch nicht so ganz einfach. Da springt er wieder raus, das Auto. So. Ich kürze jetzt wieder ab hier. Äh, da steht der Weiße wieder, wie eben. So, jetzt kommen die ganzen... Ne, nächste Runde ist es, ne? Jetzt kommen die Autos. Gehe ich sie an der Positionieren hier. Aber die haben andere Fahrzeuge als eben. Noch 17 Sekunden. Ja, mit dem klappt es ein bisschen besser. Aber nur ein bisschen. Äh. Ich weiß jetzt nicht, was auf mich zukommt noch hier. Wie weit ich noch zu fahren habe, habe ich auf jeden Fall 1,6 Kilometer noch. Mann, der fährt ja ganz schön hin und her, der Typ. So, in dieser Zeit wird er gut gemacht hier. Ich glaube, er wollte mich abhängen hiermit. Hat auch mehrmals geschafft. Aber jetzt bin ich ganz viel besser dran als vorher. Und da vorne muss ich schon die abbiegen. Oh, da stehen sie halt im Weg hier. Super. Wer nicht weit da? Ja, er ist kontrol hier. Sehr gut. Ah, kurz vor mir, ne? Ein Ziel ist vor mir, ja. Geht doch. Man muss nur einen richtigen Wagen haben. Ein bisschen besser beschleunigt. Stufe 28. Ein Modpunkt verdient. Bronze. Naja, besser als nix. Stufe 17. Plus 7. Ausstatten. Ja. Kaninchenbau. Fortfahren. Wohin fahren wir denn? Mal gucken, was jetzt kommt. Alex, was zum Teufel machst du hier? Ich weiß von den Autos, die du den Five Tams geklaut hast. Ich weiß auch von der Braut, der du die Kohle gegeben hast. Ich weiß nur nicht warum. Diese Frau, sie heißt Connie. Sie war Deltens Freundin, bevor er starb. Sie war Deltens Freundin.